Sehr geehrte Eltern, werte Gäste, Freunde und Förderer der Deutschen Schule Kiel. Im Namen des Schulvorstandes der Schul- und Verwaltungsleitung darf ich Sie ganz herzlich zu unserem Prüfungsfest und zu unserem Tag der offenen Tür hier in der Schule willkommen heißen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.